Liebe Smart-Freunde, herzlich willkommen bei CCC Mobile im Smart Center Köln-Gordorf und wir wollen euch mit dem nun folgenden Clip zeigen, wie das Suchen nach Parkplätzen ein finales Ende gefunden hat und wie man das heute macht. Dazu haben wir eine hervorragende Kooperation mit der Firma Ampido und an meiner Seite steht Jaso, einer der Gründer von Ampido und wird uns erklären, wie das funktioniert. Was hast du uns mitgebracht? Ich habe uns heute die Parkplatz-App Ampido mitgebracht, mit der können alle Typen von Parkplätzen reserviert werden, das heißt private Parkplätze, Parkplätze in Parkhäusern und sogar öffentliche Parkplätze und über die Kooperation mit Smart können wir jetzt sogar Smart-Fahrern exklusive Parkplätze in den Top-Lagen in den Innenstädten anbieten. Und bevor wir lange reden, zeigen wir einfach, wie das funktioniert und das machen wir jetzt. Ja, top, los geht's! Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Also Leute, wenn ihr mich fragt, ist das smartes Parken im 21. Jahrhundert? Im Durchschnitt sucht jeder von uns knapp 100 Stunden einen Parkplatz. Wir von Ampido schenken Ihnen diese kostbare Zeit zurück. Und Sie als Smartfahrer profitieren von den exklusiven Parkplätzen zu den besonderen Tarifen. Ladet euch jetzt die App runter und nutzt die Vorteile. Ampido und Parken macht Spaß! Untertitelung des ZDF, 2020